Hallo und herzlich willkommen zum zweiten von drei Teilen meines Public Tech Instance Panel Technologie Effizienzvergleichs. Im letzten Video hatten wir ja bereits herausgefunden, ob LG oder Samsung das effizientere OLED-Panel baut. Falls ihr das verpasst habt und wissen wollt, was dabei rausgekommen ist, schaut gerne mal in diesem Video hier oben vorbei. Ansonsten, heute geht es wie gesagt in die zweite Runde und wir vergleichen LCD mit LG Displays WRGB OLED-Technologie. Und jetzt nicht falsch verstehen, man findet diese WRGB OLED-Paneele von LG Display nicht nur in LG-TVs, sondern auch in OLED-TVs wie beispielsweise dem Sony A80J, dem heutigen Testkandidaten. Dem entgegen steht als Vertreter für die LCD-Technologie der neue QN95B QLED Mini-LED-TV von Samsung. Falls ihr also herausfinden wollt, welcher der beiden TVs die Elektronen härter durchs Kupfer prügelt, bleibt dran, schwafeln wir in die Schlange und legen direkt los. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an den Kaffeekassen-Sponsor Carlos A. Carlos, vielen Dank dir, die meisten wissen, leider ist der Kanal aktuell noch alles andere als lukrativ, von daher ist jeder Euro willkommen und wird natürlich reinvestiert in den Kanal. Falls auch andere dabei helfen wollen, den Kanal und zukünftige Videos zu unterstützen, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, denn da gibt es verschiedene Mittel und Wege, unter anderem einen Kalibrier-Service von mir im Raum München. Dann komme ich vorbei, kalibriere mal den Fernseher und quatsche ein bisschen über nerdige TV-Themen. Achso, bevor ich es vergesse, ich habe jetzt Instagram und einen Twitter-Account. Ich weiß noch nicht so wirklich, ob ich die benutzen will, aber ich dachte für diejenigen, die zwischen den Tests, weil die dauern ja bei mir immer zwei, drei Wochen, Infos haben will, der kann da mal reinschauen, vielleicht werde ich da in der Zwischenzeit schon mal so Zwischenergebnisse posten, falls ihr da auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Genau. Wie auch bei LG oder Samsungs OLED-TV-Modellen, besteht das Panel von LCD-TVs aus einer Sammlung von kleinen Pixeln, welche durch die Änderung von Farbe und Helligkeit in Zusammenarbeit ein Bild erzeugen. Erzeugt wird Farbe und Helligkeit durch eine Hintergrundbeleuchtung mit davor gesetzten Farbfiltern, ähnlich wie bei Transparentpapier vor einer Leuchtquelle. Der große Unterschied zwischen LGs WRGB-OLED und Samsungs Mini-LED-LCD liegt deshalb bei der Erzeugung des Lichts. Denn während beim OLED jeder Pixel über eine eigene kleine Leuchtquelle verfügt, teilen sich beim LCD-TV viele Pixel eine große, beziehungsweise im Falle des QN95Bs viele mittelgroße Leuchtquellen, auch Local Dimming-Zonen genannt. Das bietet den Vorteil, sehr helle und robuste LED-Leuchtmittel verwenden zu können, weshalb hochpreisige LED-TVs in der Regel heller als OLEDs sowie Burning-Resistent sind. Dafür leiden diese aber, wie hier zu sehen, an Blooming, da lichtundurchlässig geschaltete Farbfilter nicht das komplette Licht der Hintergrundbeleuchtung blocken können. Blooming gibt es bei OLEDs aufgrund der Beleuchtung auf Pixelebene nicht. Auch Kontrast und Blickwinkel sind in der Regel besser, jedoch kommen hier organische Leuchtdioden zum Einsatz. Der Grund dafür ist, dass diese sich deutlich einfacher auf die Größe eines Pixels schrumpfen lassen als klassische LEDs. Das Problem mit organischen Leuchtdioden ist jedoch, dass diese nicht zu hell werden und zudem schneller verschleißen, was im schlimmsten Falle zu Burn-In führen kann. Aber schauen wir uns nun an, welche der beiden Techniken effizienter arbeitet. Bevor wir starten, müssen wir allerdings prüfen, ob die Messgeräte ähnliche Messwerte liefern. Dazu habe ich eine Lampe an beide Messgeräte angeschlossen, da diese eine mehr oder weniger konstante Leistungsaufnahme aufweist. Glücklicherweise beträgt die Abweichung der beiden Messgeräte nur ca. 0,8 Watt bzw. 1,9%. Okay, nun, dass geklärt ist, starten wir mit dem eigentlichen Versuch. Starten wir auch in diesem Test wieder mit dem Minimalverbrauch, also der Leistungsaufnahme, die der TV verursacht, wenn das Panel kein Licht erzeugen muss. Um diesen zu messen, habe ich beide TVs einfach ein schwarzes Bild zugespielt. Und auch hier liegen die Verbrauchswerte mit 44 Watt für den QN95B und 49 Watt für den Sony A80J wieder nahe beisammen, sowie auf einem ähnlichen Niveau wie die 65-Zell-Modelle des letzten Tests. Mit diesen Werten im Hinterkopf schauen wir uns als nächstes die Leistungsaufnahme einer 100% Weißfläche bei 100 Nits an. Zieht man die Grundlast der beiden Geräte von den gemessenen Werten ab, sieht man, dass der LCD für dieselben 100 Nits fast viermal weniger Energie benötigt. Das erklärt auch, warum der QN95B voll ausgereizt auf eine vollflächige Helligkeit von etwa 650 Nits kommt, wohingegen beim A80J bei ähnlicher Leistungsaufnahme bei etwa 160 Nits gemessen in der Mitte des Bildschirms Schluss ist. Auch bei Farben scheint der klassische LED-TV effizienter zu arbeiten. Zwar ist der Vorteil hier nicht ganz so groß, jedoch braucht der LED-TV für dieselbe rote Fläche auch hier weniger als die Hälfte der Energie. Es lässt sich also festhalten, dass der Effizienzvorsprung des LED-TVs bei weißen Flächen am größten ist. Vermutlich, da für weißes Licht alle Subpixel durchlässig geschaltet werden und somit das meiste des dahinter erzeugten Lichts durchgelassen wird. Bei der Farbe grün werden hingegen die Subpixel rot und blau undurchlässig geschaltet, wodurch einiges an Licht zurückgehalten wird. Ebenfalls fällt auf, dass die Leistungsaufnahme nahezu unabhängig von der gezeigten Farbe konstant ist. Hier beispielsweise liegt die Leistungsaufnahme bei ca. 100 Watt und das bei weiß, rot, blau sowie grün. Das WRGB OLED-Panel weist hingegen bei einer roten Farbe eine merklich höhere Leistungsaufnahme auf als bei blau. Wie schlägt sich das Ganze aber nun im Alltag nieder? Starten wir, wie auch schon im letzten Vergleich, mit einem hellen, bunten Bild in SDR, welcher bekanntlich für WRGB OLEDs das Worst-Case-Szenario darstellt. Hier schafft es, der S95B mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit nur der Hälfte der Leistung, also rund 100 Watt, ein gleich helles Bild zu erzeugen. Umgekehrt läuft es für das WRGB OLED-Panel bei weniger stark gesättigten HDR-Bildmaterial wie hier in Kena. Dann stellt man beide TVs ähnlich hell ein, schafft es der A80J auch mal merklich weniger zu verbrauchen. Das hängt jedoch stark von der Szene ab. In dieser dunklen Höhlenszene liegt mal der QLED mal der OLED vorne. In dieser Szene aus Final Fantasy VII gewinnt dann wieder der A80J. Ich würde allerdings besonders im hellen Räumen die Helligkeitsvorteile des QLEDs nutzen wollen. Und tut man dies, ist die Leistungsaufnahme meist etwas über der des A80Js. Etwas anders verhält es sich bei Filmen im Filmmaker-Mode, da da die Helligkeitsunterschiede der beiden TVs nicht ganz so groß sind. Das schauen wir uns aber noch ein bisschen genauer im Test des QN95B an. Falls ihr also das nicht verpassen wollt, ab oder lassen? Zu beobachten ist allerdings, dass sich hier erneut die Effizienzvorteile bemerkbar machen. In dieser dunklen Szene aus Greyman liegt der QLED leicht vorne. Auf der Stromrechnung sollte jedoch der Unterschied von ein paar Watt kaum ins Gewicht fallen. Deutlicher fällt der Unterschied jedoch wieder bei buntem SDR-Content Mishihiros Reise ins Zauberland aus. Bei ähnlicher Helligkeit siegt der QLED. Dreht man diesen hingegen voll auf, verbraucht der LED-TV in dieser Szene knapp 10 Watt mehr als der WRGB OLED. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei hellen Reality-Shows ab. Gleich hell gewinnt der QLED leicht. Voll aufgerissen verbraucht er dann aber mehr. Fassen wir alles nochmal kurz in einem Fazit zusammen. Und ich will an der Stelle betonen, dass das verwendete OLED-Paneel für diesen Test im Sony A80J ein WRGB-OLED-Paneel von LG Display ist. Wir reden hier nicht von dem neuen Quantum Dot OLED-Paneel von Samsung Display, welches man im Samsung S95B oder Sony A95K findet. Falls ihr den Vergleich sehen wollt, hier ist der Vergleich. Okay, aber klassisches WRGB-OLED vs. LCD bzw. QLED, da war der QLED sparsamer. Wie viel sparsamer? Das hängt von der verwendeten Test-Szene ab. Einen großen Vorsprung gab es beispielsweise bei buntem SDR-Material. Da war die Stromaufnahme des A80J teilweise doppelt so hoch wie die des QN95Bs. Ein bisschen geringer bzw. umgekehrt war es teilweise in sehr dunklen HDR-Szenen. Da waren sie ungefähr gleich auf. In manchen Szenen gewann mal, wie in dieser, der A80J, in anderen mal der QN95B. Da sind die Unterschiede also relativ gering. Im Gegensatz zum WRGB-OLED-Paneel war allerdings die Leistungsaufnahme relativ unabhängig von der Farbsättigung. Macht Sinn, weil die Hintergrundbeleuchtung, die die Farben erzeugt, ist immer dieselbe. Und in dem Kontext hing die Leistungsaufnahme zum großen Teil einfach nur von der Helligkeit ab. Wohingegen beim OLED-Paneel die Leistungsaufnahme krass davon abhängt, welche Farbe angezeigt wird. Beispielsweise hier rot war das Worst-Case-Szenario. Besser war es hingegen bei blau oder weiß. Am allergrößten war der Vorsprung des LCD-TVs bei der Farbe weiß. Denn, ich vermute zumindest, dadurch, dass alle Subpixel rot, grün und blau durchlässig geschaltet wurden oder werden, kommt halt das meiste der hintendran erzeugten Hintergrundbeleuchtung durch das Panel durch. Und daher fast vierfache effizient bei der Farbe weiß. Das war nicht schlecht. In Summe, über den Test gesehen, war allerdings die Ersparnis ein bisschen geringer. Und lag jetzt bei mir bei ungefähr 10%. Also der QLED hat 10% weniger verbraucht im Test als der OLED. Bei ähnlicher Helligkeit. Reizt man die Helligkeit voll aus auf dem QLED? Und ich glaube, das ist so der Grund, warum man sich eigentlich so ein QLED ins Haus stellt, weil er so schön hell ist und vielleicht wegen der Thematik Burn-In. Aber wenn man das voll ausreizt, dann liegt der Stromverbrauch des QN95Bs teilweise oder meistens über dem des A80Js. Klar, er ist heller, aber kostenmäßig kommt es dann auf selber raus bzw. wird sogar noch ein bisschen teurer. Wie viel teurer? Das habe ich mal ausgerechnet. Hier jetzt zwei Beispiele. Also, Worst-Case-Szenario. Bei buntem SDR-Material vier Stunden pro Tag und dann auf einen Monat hochgerechnet, kommen wir beim A80J auf 0,2 Kilowatt mal 0,35 Cent pro Kilowattstunde mal vier Stunden mal 30 Tage auf ungefähr 8,40 Euro Stromkosten pro Monat. Der QLED hingegen würde für die gleiche Szene bei gleicher Helligkeit, wichtiger Punkt, bei gleicher Helligkeit nur 4,20 Euro kosten. Das heißt, man spart tatsächlich die Hälfte. Kleiner ist allerdings der Unterschied bei dunklen Filmen wie der in Greyman. Da habe ich mal ausgerechnet, kommen wir im Schnitt auf 0,07 Kilowatt mal 0,35 Cent pro Kilowattstunde mal vier Stunden pro Tag mal 30 Tage. Hier sind wir circa bei 3,36 Euro im Vergleich zu 2,52 Euro. Also, da spart man wirklich nur ein paar Cent. Und ich denke, wenn man dunkle Filme schaut, ist die Kostendifferenz eigentlich zu vernachlässigen. Ihr seht, es hängt also stark davon ab, was man schaut. Bunt und hell? Oder ist man eher so der Kino-Typ? Dann ist es im Prinzip ähnlich. Beziehungsweise dreht man die Helligkeit voll auf, dann liegen sie natürlich gleich auf. Beziehungsweise liegt der QLED sogar leicht darüber. In dem Fall, naja, ist halt gleich, beziehungsweise ähnlich. Schlusswort. Im Grunde genommen fehlt jetzt noch der Vergleich zwischen Quantum Dot OLED und LCD-Technik. Der Vergleich wäre nochmal richtig spannend, weil ich vermute, dass die Effizienten ähnlich sind. Wer da wirklich gewinnt, kann ich rausfinden, sobald ich ein 65 Zoll LCD-TV da habe. Leider ist das im Moment nicht so. Deshalb muss der Test noch warten. Und deshalb kommt auch als nächstes der Test zum QN95B. Falls ihr das also nicht verpassen wollt, schon mal ein Abo da lassen. Falls ihr das Video informativ fandet, einen Daumen nach oben. Hilft immer. Und ja, ansonsten Vorschläge, Fragen für kommende Videos gerne in die Kommentare. Und dann, naja, sehen wir uns hoffentlich dort. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.